Du sollst sehen, Traum. Jede Frau zeigt wahre Größe und zwar auf ihre ganz eigene Art. Von meiner Frau träumen alle Männer. Was genau ist denn so besonders an ihr? Sie ist blond, sexy und sie ist kurvenreich. Ich habe alle Schaden, sie ist kraftvoll, ich bin mal oben. Sollen wir sie mal reinholen? Ja, klar. Wo sind sie rein? Ja. Hallo Frau, da. Du wundertst mich bestimmt über mein Kostüm. Ach, na ja. Das hat schon seine Größe, oder? Ja. Warum trägst du das? Ich bin eine Profilachnummer. Man kann mich für Partys buchen, zum Beispiel auf Weihnachtsfeiern. Dann trage ich dieses wichtige Kostüm. Mit dieser Nummer verdiene ich mich dumm, nämlich... Was hältst du von deinem Beruf, deine Frau? Ich bin super reich, stehe auf Karriere, Frau, und das macht mich total scharf. Ja, und er macht mich scharf. Wie sind das wirklich, der Ehe war der Mann? Wow. Wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat mich gebucht. Ich bin super reich, so wie du denkst. Frau Kessin, das ist richtig sinnvoll. Und dann ist es geformt. Ja, und nicht nur er stand in Flammen. Was ist euer Tipp für eine glückliche Ehe? Und der Sex ist wichtig. Und aufgrund meiner Größe? Hat er wirklich vom bastischen Sex? Wie meinst du denn? Ja, Maury, nur stelle ich mich nicht für an. Für die Stellung, die man am liebsten hat, muss ich mich nicht mal bücken. Ja, ich hab's kapiert. Jetzt rollen wir den roten Kettig auf mit dem Talk, auf der eine stand. Auf dem Talk of Frank verdient hat. Ja, ich hab's kapiert.